Heute schauen wir uns die gelbe Fake-Reisenfeige an und die wächst extrem gut und schnell und der Fruchtertrag ist auch immens, absolut immens. Einfach eine wunderschöne Feige mit einem extremen Wachstum. Wir schauen mal, wie viele kleine Feige sich schon gebildet haben an diesem Treib hier. Wunderschön, eine kleine Plattknospe plus eine kleine Feigeknospe. Der Wisch ist natürlich auch hier und er geniesst die Sonne in vollen Zeugen. Dann gehen wir wieder näher hin und schauen, wo es kleine Feige hat. Also von oben bis unten vollen kleinen Feigeansätze. Und das bei jedem Treib. Das ist extrem, was für Fake-gelbe Riesenfeige hervorbringen. Ich denke, pro Treib gibt es ca. 10 Feige mal die vielen Treib. Also ich glaube, da gibt es eine rechte Ladung Feige im späten Sommer zum Ablesen. Das wäre die Fake-gelbe Riesenfeige mit dem Wischi, die sich richtig an der Sonne labert. Die Fake-gelbe Riesenfeige. Und ob es ein Fake ist, ist nachher die zweite Frage. Weil, wie ich schon einen Beitrag gemacht habe, hat sich da unten eine gelbe Feige gebildet. Aber ob sie abgekriegt oder sich noch vergrössert zu einer Riesenfeige. Das wird sich dann zeigen im Verlauf der nächsten zwei, drei Wochen. Das wäre das Update der gelben Fake-Fiege-Riesenfeige. Oder wie auch immer Fake-gelben Riesenfeige. Jetzt habe ich es geschafft. Wunderschön. Machanha